Musik Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Heute feiert die Kirche die kanadischen Märtyrer. Und ich durfte einmal an ihrem Grab die Messe feiern. Und wenn man so das Leben ein bisschen liest von ihnen, dann sieht man dieser Isaac, es war ein Jesuit, Isaac, genau ein Franzose, die wurden ja gefoltert wie noch was und erlitten das Martyrium schlussendlich. Aber er konnte fliehen. Er konnte fliehen und ging dann nach Amerika zurück, ging dann nach Frankreich zurück, um ein Jahr später wieder nach Kanada zu gehen. Und das ist so beeindruckend eigentlich. Sie hatten so ein Feuer für Christus, so eine brennende Liebe für Christus und auch für diese Indianerstämme der Huronen. Und hatten sie in ihrem Herzen, dass er sich nach einem Jahr wieder aufgemacht hat und gesagt hat, ich gehe wieder nach Kanada zurück. Und dort erlitt er dann wirklich das Martyrium. Und das ist so beeindruckend. Sie haben alles gegeben für Christus. Sie haben alles gegeben für die Kirche. Und sie haben ja gelebt im 16. Jahrhundert. Also da bist du nicht einfach bloß ins Flugzeug hineingestiegen und hinübergeflogen und auch nicht mit dem Schiff wie heute jetzt zum Beispiel so, mit dem Traumschiff Surprise, sondern die sind wochenlang waren die unterwegs. Und deswegen dürfen wir sie heute so bitten, dass wir auch so ein Feuer bekommen für Christus und so auch ein Feuer für die Kirche, für die Evangelisierung, für die Ausbreitung des Evangeliums. Und normalerweise würde man heute sagen, wenn da einer zurückkommt dann in seinen Orden, der das Martyrium erlitten hat und hat fliehen konnte, du bleibst jetzt hier bis ans Ende deines Lebens. Wir sperren dich hier in ein Luxuszimmer ein. Aber sie hatten so ein Feuer, dass sie wieder gegangen sind. Und um dieses Feuer wollen wir heute diese Märtyrer bitten, dass sie uns da Fürsprecher sein mögen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament hast du uns, hast du das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung uns hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erde, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.